Test, kann man mich hören? Wieso bringt euch das schon so zum Lachen? Ich hab nur die Sonnenbrille auf und den Schnauzen und alle kriegen die Lachkram. Hab auch nicht mal einen Gag gemacht. Moin Leute, Trimax hier. Wir zocken heute wieder Among Us. Die letzten Runden haben unfassbar gebockt. 19 Runden lang. Oh, wir machen nen Prank. Wir machen nen Prank. Passt auf. Das ist jetzt lustig. Hauen alle Unge raus, aber ich glaub, der hat davon schon was mitgekommen. Äh ja, ich war 19 Runden, keine Post war. Ich weiß nicht, was abgeht. Reepers einfach voten und mut halten. Reepers vote. Er wusste es. Ich wünsch euch sehr viel Spaß mit den Highlights. Was soll das? Was soll das? Ihr Hunde. Was war das gerade? Ich versteh nicht. Hä? Hä? Was war das? Aha, ist so lustig. Unge wird immer als erstes Impostor. Aha, wir voten ihn. Ich war nicht Impostor. Ich red jetzt einfach rein. Nö. So, das sind also die neuen Regeln von den Mongas. Okay. Wir voten einfach. 23 Runden Crew. Digga, ich quitte. Soll ich quitten? Ich will gar nicht unbedingt Impostor sein, weil es geht ums Prinzip. Stell dir vor, ich würde sehr gerne Impostor sein wollen. Oh Gott, guck dir den Big Player an. Zack. 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 Machs nach. Das war gerockt. Ich löse die Aufgaben auf einem völlig neuen Level. Zwei Aufgaben hier. Zack. Drehen. Flup. Zack. 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 First Try. Easy. Oh, Unge ist tot. Was machen wir nun? Noch einer tot. Oh, wir laufen rum. Ist weg. Oh, Matra gut. Oh, Matra gut. Oh, Matra gut. Wurde umgebracht. Oh, oh. Alter, also, Max, es ist hundertprozentig nicht. Es ist gerade ein Double Kill passiert. Ein Ehepaar. Also, die zwei Personen... Schnauze jetzt. Du bist raus. Die eine Leiche habe ich in Admin gefunden. Ich wollte zum Admin Table gehen. Ich habe gesehen, in Lifeline, zwei Leute sind gerade gestorben. Dann wollte ich Admin Table checken, wo die Leute sind. Und da lag halt auch die Leiche. Ich war es hundertprozentig nicht, aber Matra könnte es zu zehn Prozent gewesen sein. Du hast doch gesehen, dass du am Lifeline warst. Ich war mit dir am Lifeline. Und dann sind die gestorben. TJ, wo warst du? Ah ja, stimmt. Sorry. Matra, kannst du jetzt sagen. TJ, wo warst du jetzt am Ende? Ich bin immer noch im Lab. Wendy und Caruso haben mich im Lab gesehen. Ich habe... Ich habe... Jetzt Revi, die Imposter. Ich war 23 Runden Crewmate. Können wir nach der Runde darüber bitte sprechen? Ich bin nur... Ich muss mir jetzt Romatra. Wir können doch gar nicht denken. Wie schlecht von ihm. Welches Zuppe bin ich ein bisschen sauer. Egal, da ist er. Wie chillig. Alarm. Immer noch keiner tot. Die Runde ist intens, das gefällt mir. Der Sound ist irgendwie satisfying. Aber der Sound mit den Rädern, der jetzt kommt, der ist super unset. Ach ne, doch ne. Der ist auch nice. Der ist auch ganz gut. Ja, schade Revi. Was willst du von mir? Du standest mit Spendy in der Cam. Ich habe hinter der Ecke gewartet. Habe fünf Sekunden gewartet. Bin in die Hänge gegangen. Spendy liegt da tot. Bro, ich war gerade nicht mehr in der Cam drin. Ich bin nach rechts rausgelaufen. Ich hätte es gesehen. Ich bin nach rechts Realtalk rausgelaufen, Digga. Nein, bist du nicht. Das ekelhaft ist das Self-Report, Bro. Bist du nicht. What the fuck? Wie auch alle direkt mitvoten. Digga, du bist nach rechts... Du bist schon das dritte Mal Sass. Ich hab... Ich dachte... Ich wollte eigentlich spenden. Kann ich was anderes sagen? So stupid. Ich habe Scheiß-Caruso in der Cam gesehen. Und ich bin nach rechts rausgelaufen. Scheiß-Tim-Jacken geht rein. Self-reportet und callt dann nicht. Check dir mal. Ich habe Caruso in der Cam tot liegen sehen. Irgendwo beatmen, glaube ich. Wie sicher bist du dir, dass es so scheiß Tim-Jacken war? Ja, Digga, weißt du... Boah! Darf man überhaupt reden, wenn man tot ist? Ich bin doch nicht tot. Es ist... Ja, du atmest zwar noch, aber hm. Ich hätte aber echt gerne noch über die andere Kill geredet. Drauf geschissen! Ja, drauf geschissen! Oh, ich geh jetzt mit so! Stell dir vor, es ist Romatra. Würde ich... Würde ich ihm unglaublich gönnen. Alter, was... Was war das denn für ein Scheiß? Ja, wo ist er hin? Wo ist er hin? Ist er lost? Ah... Ich habe die Aufgabe und fertig. Romatra ist sehr, 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 sehr gut gespielt. Wenn er jetzt Imposter ist, ist er ein Hyperbrain. Wenn er jetzt Crew ist, ist er auch ein Hyperbrain. Er ist einfach... Er ist einfach richtig stark gespielt. Oh, ist noch der? Ist ja nur den Report-Warten. Wo ist Romatra? Wenn Romatra tot ist, ist es Tim-Jacken. Oh! Er lebt. Wenn Tim-Jacken tot ist, ist es Romatra. Ich will drücken. Ich will. Versteht ihr? Nee, verstehe ich nicht. Das ist auch ganz dummer. Also, weißt du? Du? Also, es gibt nur zwei... Für mich gibt es nur zwei Verdächtige. Entweder ihr seid Masterminds, Trimaxen und Romatra, weil ihr euch gegenseitig gedeckt habt von Anfang an. Oder es ist der Nico. Das war's. Es gibt nur diese zwei Optionen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Natürlich noch mich. Aber fuck. Dann macht aber... Also, Trimaxen, du bist die ganze Zeit mit Romatra rum mitgelaufen? Dauerhaft nicht. Aber ich kann es am Anfang der Kill nicht gewesen sein, wegen des Lifeline-Checks. Da kann mich Romatra decken. Ja, ja. Max hat keinen der beiden Kills gemacht. Hundertprozentig. Genau. Lass keinen voten, oder? Aber fuck. Ich will nur noch mal sagen, ich glaube, es ist Nico dann. Weil Tim hat ja Dings rausgevortet. Ja. Der Nico hat sich ganz auffällig bewegt. Ich würde für den Spice gehen und ihn einfach raushauen. Nein, nein. Wenn dann würde ich für den Spice auf Rebus gehen. Also, wenn dann würde ich für den Spice auf Rebus gehen. True. Rebus kann es auch sein halt. Ich finde den Call von Reach jetzt ein bisschen wack, weil genau aus meiner Sicht ist es halt andersrum. Es ist halt einfach nur jetzt ein Schuss gegen Schuss. Weißt du was ich meine? Ja, und deswegen... Obwohl für mich auch Tim Jacken nicht safe ist. Aber ich habe auch sein. Ich habe gerade Revi rausgebotet. Du hast eigentlich nur, wenn du ein Poster bist. Ja, ich habe Revi auch rausgebotet. Achso, du hast das eingereicht. Guck mal. Ich war die ganze Zeit mit der Nico. Also, ich war nicht die ganze Zeit mit der Nico. Aber ich bin so mäßig vor dem weggerannt. Und warum töte ich den dann nicht? Warum töte ich dich nicht? Ey, ihr könnt euch gegenseitig nicht töten. Weil Tim Jacken ist safe. Er hat Revi rausgehauen. Max und ich sind auch safe. Wenn ihr euch gegenseitig tötet, dann ist es vorbei. Hä? Ihr habt automatisch verloren. Ich würde skippen. Ich würde skippen. Ich würde auch skippen, weil ich es einfach sicherer ist. Wir haben jetzt noch 20 Sekunden zu besprechen. Wollen wir ganz kurz mal drüber reden, dass ich 23 Runden Crew war. Das sind insgesamt über 11 Stunden Crew. Nee, wir brauchen nicht drüber reden. Okay, dann skippen wir. Wir skippen. Weiter geht's. Perfekt. Danke, Max. Max, ich muss oben noch abholen. Mein Stamper, komm bitte mit. Ja, ich bin fertig mit den Task. Ich komm auch mit. Einer von der Blanche ist gleich tot. Jemand ist nicht muted? Bin ich das Test? Ich kann die Soundzeit unterscheiden. Ich kann nicht sehen und ich kann nicht hören. Wenn jetzt hier ein Stackel passiert, möchte ich das nicht sein. Ich möchte nicht der Stackel sein. Ich spam nur Report. Report, Report, Report. Stell ich vor, Revi, war es nicht. Wir sind auch zwei Imposter drin. Wir haben verloren. GG. WTF, wer war es? Ich habe übrigens eben noch was vergessen zu sagen. Umatra war es? Nein. Nico. Oh, what the fuck. Ja, aus der ersten Runde waren auch im Prinzip repassen und bisschen sass. Also sein Alibi hat halt ehrlich geklungen, aber eigentlich wusste man in der ersten Runde schon, dass es Revi und Nico waren. Test mich mute. 26. Ah, das ist das achte. Oder was ist das? Jetzt merke ich mir das. Jetzt laufe ich los und werde das reporten. Ich reporte das jetzt direkt. Warum steht da so lange? Max ist Imposter und willst du uns allen sagen. Komm, sag's mir. Ich hatte den achten Schlüssel. Charles, was willst du? Ich hatte den achten Schlüssel. Mehr wollte ich nicht sagen. Weiter skippen. Ich bin der schnellste Motherfucker. Ich habe soo krass durchgerannt. Max, du bist muted. Ach so. Ich wollte nur sagen, ich zum allerersten Mal habe jetzt mein Leben getrackt. Ich war der achte Schlüssel. Romatra ist übelst hast rumgelaufen. Wir skippen. Weiter geht's. What the fuck? Alter, was ist das denn jetzt? Ich will dir das nochmal erklären kurz. Nur aus deiner eigenen Perspektive war der Button gut, weil du selbst weißt, dass du Crewmate bist. Alle anderen wissen aber nicht, dass du Crewmate bist. Doch. Alle außer Nico konnten mir vertrauen. Das ist schon die letzte Runde, das können wir nicht mehr zusammenschneiden. Hallo, wir diskutieren über die letzte Runde. Ja, what the fuck? Das machen wir nicht. An my cutter bitte alles rausschneiden. Alles rausschneiden von Romatra. Wer hat mich gevotet? Ich kann nicht hören, ob ich mute bin oder nicht. Ich habe mir eine richtig dicke Pizza bestellt. Ich habe Hunger und ich habe Frust. Und dann konnte es eigentlich nur eine Pizza sein. Jetzt geht das Licht aus. In Chissus. icz news BC Karuso. Fix. So spät. So spät fix der. So spät. Der wartet da. Ich will nicht mit Karuso rumlaufen. ich guck ob mich karuso wird gleich rauskommen ich glaube ich steht auf einem loch und ist dadurch gewendet oder ist das deine theorie revie ich weiß nicht du stehst halt so dumm rum also max kill den immer romat als erstes ja und das stimmt doch müsst ihr wissen caruso ich bin mit tram xr zusammen rumgelaufen seit lights und dann bin ich in comms reingelaufen habe geuploadet und damit ich weggelaufen vom upload und da habe ich aus dem fenster halt gesehen wie trams da stand aber er stand da nur ich glaube nicht dass er gewinnt ja bei mir stand halt auch da nur so dumm rum ich weiß nicht was er soll max richtig wollte carusus menschenkenntnisse abchecken und er verstanden er ist kein reptiolid okay also was machen wir jetzt mit der erkenntnis meine romatras unter lifeline genau unter lifeline ja sabine und ich waren es nicht wir konnten es gegenseitig prüfen oh der ist jetzt beide spendy boy also spendy weiß nicht was du sagen soll naja ich war gerade auch am handy äh tschimma ich war mit dem admin am Wasserrad ach so du warst am handy wir wollen dich nicht stören nein nein ich war am Wasserrad halt das ist das Ding wo du da aufdrehst dass da Wasser auf gehst du immer ans handy wenn du zum dritten mal ein poster bist an einem tag das ist unzügig der hat es gerade gesagt voll erwischt ich weiß nicht warum was dadurch bin ich sass ja ich hab keine ahnung ich hab zwei Dinge die auf dem Herzen liegen revie hat dunkelgrün genommen spendy hätten wir verloren aber zum Glück bist du der dümmste im Post das ist so geil ihr seid so scheiße einfach ihr seid einfach wenn du im Postal bist sagst du einfach äh ich tschülle am Handy nach unten gehen ihr habt gesehen wie ich die noch bekommen hab BOOM das war das was satisfying heeeey schließt mich denn hier ein ist doch bescheuert mal rippers mal rippers alles abchecken hier ist hier eine Leiche äh 2 electrical ne 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 2 o2 2 lab und einer electrical und ich an äh admin table so schade so schade dass ihr gerade gelb gefunden habt weil ich bin mir recht sicher dass Caruso Sabine getötet hat aber die haben mir leider aber wer 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 killt den spenden wie nachdem er kommt warte mal ganz kurz ey simon du warst in diesem o2 kanister ich hab unten diesen wassershit gemacht und dann bin ich nach rechts gelaufen zu lifeline hab rein dann war comms aus ich konnte dann lifeline nicht gucken weil comms aus war also ich hab comms gefixt ich hab comms gefixt sehr gut sehr gut ich hab hier unten ein specimen gefunden in specimen room du hast spenden die gefunden nein ich hab Sabine gefunden du hast spenden die gefunden du hast spenden die gefunden ich hab spenden die gefunden nein 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 da wurde gelb angezeigt ok ich kann damit gehe ich weg aber ihr könnt immer noch beide sein reaps ja natürlich aber wenn einer von uns schnipps hast niemals den anderen ok 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 verzwickte ausgangslage wie löse ich diesen fall ich glaube ich stelle dem imposter eine kleine falle ich lock sie aus der deckung ich setze mich selber als köder ein und gehe ganz alleine specimen und dort mache ich zwei aufgaben sehr langsam nun da sie den köder nicht genommen haben werde ich mir in den arm schneiden und überall blut im labor verteilen womit ich die imposter anlocke es wird mich völlig verblutet gut und wie wer blöd warum und warum kam und let's go bevor jetzt wieder gewartet wird und nicht wieder einfach dumm raus gewartet werde ich möchte ich erst mal deine tier ich sag's gerne ich sag's gerne camps waren camps waren an ja ja und ich habe ganz heftig rum gespastet vor der camp ich habe nur getanzt die ganze zeit locker 30 sekunden wir waren noch zusammen in o2 vor nicht mal 30 ja vor o2 den eingang wo die camp da ist ja genau da habe ich getanzt 30 sekunden camps aus und dann musste ich so lachen dazu hey wer war das das werden nicht gesehen mit dem jacken nicht hoch revie kommt uns entgegen wir dürfen ricks nichts hausen weil die beiden sind ja ja ich bin sogar so safe revie kommt uns von oben entgegen von camps ich gehe camps rein liegt die leiche hast du revie vorher gesehen weil sonst ist es die möglichkeit dass es trimex nach 24 runden geschafft eine imposter zu werden max äh ne ich war ganz alleine die ganze runde und mach nur meine scheiß task besser bin ganz alleine wer kann es denn sonst noch sein mich hat diese runde niemand gesehen dann müsstest du ihn gesehen haben ich bin immediately hochgegangen doch ich bin sofort hochgegangen das ist so dumm ich hab dich nicht tanzen sehen deswegen fand ich deine aussage irgendwie so komisch ich hab getanzt 100% damn holy shit umweg weltrekord direkt noch ein der lange weg nein ich wollte nach oben ok gleicher umweg nochmal das ist mir wichtig da geht es auch ums prinzip so hier nach oben hier lang das ist ein krasser play das ist halt ein krasser play warte warte das muss ja warte mal wir haben es wir haben gewonnen warum keiner von mir reaps kann wegen coolern den kill gemacht haben wir waren an lights und hat kz reported in office ist falsch ist falsch ist nicht richtig ich habe ich bin ich bin nicht imposter wirklich nicht wirklich nicht reaps kam trimex spät nach uns wir beide waren an lights ich kam sehr spät also was caruso gerade redet ist bullshit weil ich habe gesehen wie reaps im dunkeln hochgelaufen ist und trimex unten bei labyrinth stand ihr wart vor anders der war labyrinth das habe ich auch gesehen ah wir waren alle zusammen dann also caruso ich war der erste ich war der erste an light simon eigentlich trimex verdächtigt aber jetzt also simon wenn du jetzt mich framen willst lass gar nicht voten hallo lass gar nicht voten ich habe noch ein paar tasks was ist wenn wir doch voten caruso wer sagst du du sagst es ist unge und unge sagt es ist caruso also das ding ist unge will und unge sagt dass ich es bin aber ich kann mir vom timing her nicht vorstellen dass es entweder du oder reaps gewesen sein können und ich war der erste an light ich weiß nicht wo die leiche liegt wo liegt sie denn das wollte ich am ganz am anfang wissen sprich aus caruso liegt aber sagt das kann nur unge gewesen sein das finde ich ultra sass an caruso und ich bin es nicht also ich kann das ist auch bullshit caruso tatsächlich das ist voll der wrong call das ist wirklich einfach ein dummer call i don't know vielleicht kann es auch max sein ja natürlich kann es auch max sein wo ist die leiche ich wollte zur lifeline checken und da auf dem weg dahin habe ich unten in dem admin table raum die leiche gefunden also der ist aufgeploppt also ist auf dem lilan teppich vom admin table aber noch dass man die vom gang aus reporten kann ihr drei sagt wirklich ich kann es noch sein ich weiß dass reapers nicht ihr alle wisst dass ich es nicht bin das ist der scheißpunkt ne wieso warum wie low low wenn du das sagst na ihr hattet am anfang gesagt ich hab ein review rausgehauen wir skippen und ja keine ahnung die runde gefällt mir die runde gefällt mir richtig gut wenn vier leute drin sind noch todesviele tasks noch richtig viele tasks in so einer situation werde immer ich getötet die runde ist geil die runde ist geil das ist eine geile runde ah wer macht das hier zu das ist eine geile runde die ist nice es geht schon wieder das licht aus das gibt es doch nicht ich mach mal eine task die laufen alle zum licht ich mach mal eine task boom ich mach es jetzt einfach schnell fertig hier der ist hier ich muss auch weg ich bin jetzt auch raus wirklich ich bin mal raus was nico keiner von euch sagt letzte runde